Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Runde des Panels heute. Vielen Dank für die Eröffnung. War sehr informativ, sehr interessant. Ich persönlich würde da gleich nahtlos dran anknüpfen, fand diese Sichtweise Do-It-Together sehr, sehr interessant. Und das ist auch das, wie ich denke, dass man an diese ganze Vermarktungsschiene rangehen sollte. Gerade, wenn man am Anfang steht. Aber ganz kurz noch mal zu meiner Person. Warum stehe ich überhaupt hier? Mein Name ist Berthold Maas. Ich bin selber seines Zeichens Musiker, Schlagzeuger in verschiedensten Projekten. Bin mit denen unterwegs, Deutschland, europaweit. Mach im Orwo-Haus das Bandbüro. Mach für eine kleine Agentur Gentle Fox Records ein Booking und ein bisschen Labelarbeit. Und bin eben selbstständig tätig. Und rund um die Uhr in das ganze Musikgeschehen involviert. Wir selber mit dem Bandbüro sitzen im Orwo-Haus. Ich weiß nicht, ob das Orwo-Haus hier jemand kennt. Das Orwo-Haus ist der größte selbstverwaltete Probenraumkomplex in Europa. Nicht der größte insgesamt, aber der größte selbstverwaltete Komplex. Das heißt, das Orwo-Haus hat einen e.V. gegründet, einen eingetragenen Verein. Verwaltet dieses Haus, macht eine Menge Kulturarbeit in der Zwischenzeit. Veranstaltet selber Konzerte. Also wir veranstalten zum Beispiel jetzt aktuell, haben wir zehnjähriges Jubiläum. Wir konnten aber nicht sagen, wir haben jetzt genau hier oder da unseren zehnten Geburtstag. Deshalb haben wir gesagt, wir veranstalten jetzt ein Jahr lang jeden Monat Geburtstagskonzerte, die stattfinden. Also wir feiern ein Jahr Geburtstag. Ganz tolle Sache. Veranstalten auch regelmäßig Jam-Sessions zum Beispiel, die entweder im Orwo-Haus oder in verschiedenen Jugendclubs in Berlin stattfinden. Open Stage. jeweils veranstalten diverse andere Sachen. Einmal im Jahr haben wir das Orwo-Haus-Festival und, und, und. Es gibt auch eine Menge Kulturarbeit, die noch passiert. Im Zuge der Arbeit im Orwo-Haus kamen immer wieder Leute in das Kulturbüro und haben sich gefragt, Mensch, es wurden bestimmte Fragen an das Kulturbüro herangetragen und dann entstand die Idee, daraus das Bandbüro zu gründen. Das Bandbüro versteht sich als Einrichtung ähnlich wie der Music Pool, die Bands und Musiker beraten und unterstützen in jeglicher Hinsicht. Also wir sind eine Anlaufstelle bei Fragen aller Art. Es kann sein, wie läuft das mit der GEMA, was muss ich machen, um ein Album rauszubringen. Aber die zentrale Frage, die uns auch gestellt wird, ist das gleiche, wie Robert vorhin sagte, Mensch, wie kommen wir eigentlich an Gigs? Ein zweites Standbein, das wir mit dem Bandbüro noch haben, ist, dass wir ein Dienstleistungsnetzwerk anbieten. Also wir selber treten mit verschiedenen Dienstleistern aus dem Music Business in Kontakt, handeln Sonderkonditionen aus, also verdünstigte Rabattierungen zum Beispiel. Da sind Tourbus-Vermieter dabei, da sind Studios dabei, Presswerke sind dabei, Merchandise-Artikelhersteller sind dabei. Eben alles rund um das musikalische Leben, Bandleben ist abgedeckt. Und diese Rabatte wollen wir natürlich an unsere Mitgliedsbands weitergeben. Ich mache da auch gar keinen Hehl draus, dass wir versuchen, möglichst viele Bands für unser Vorhaben zu gewinnen. Das Ganze ist sehr fair, ist ein Mitgliedsbeitrag von 50 Euro pro Jahr. Und dann kann man diese Angebote eben in Anspruch nehmen. Wie gesagt, das war jetzt kurz zu meiner Person und kurz zum Bandbüro, zum Orbo-Haus. Wie gesagt, die zentrale Frage, die an uns herangetragen wird, ist, wie kommen wir an Gigs? Und im Zuge dessen wollten oder im Zuge dessen dachten wir uns, wir versuchen das Thema Promo einfach mal zu beleuchten unter verschiedensten Aspekten. Ich freue mich auch, dass ich zwei hervorragende Experten dazu eingeladen habe oder dass zwei hervorragende Experten zugesagt haben und vorbeigekommen sind. Einmal der Jonathan Bouchard von der Promoagentur meinplattenvertrag.de und einmal der Björn Köhler von Bang a Bullet. Wollt ihr euch selber auch kurz vorstellen vielleicht? Ich habe da noch ein Mikro. Jo, moin. Genau, Jonathan, ich bin Gründer von meinplattenvertrag.de, einem Promotion, Musikpromotion-Dienstleister für Musiker, Pop und Rock hauptsächlich. Wir haben die Prozesse im Prinzip vereinfacht, verallgemeinert, aber ich denke, da werden wir im Laufe des Gesprächs nachher eher darauf eingehen. Genau, Jonathan, Gründer von meinplattenvertrag.de. Ja, hallo, ich bin der Björn von Bang a Bullet. Wir sind eine Promotion-Agentur, aber auch eine Künstlervermittlungsagentur, aber Schwerpunkt liegt ja heute auf die Öffentlichkeitsarbeit. Nur kurz zur Künstlervermittlung, weil es auch eine Ausnahme ist. Wir machen nicht exklusiv eine Vermittlung von Bands an Labels und Booking-Agenturen oder anderen Geschäftspartnern, die es so gibt im Musikbereich. Zu mir noch kurz, ich habe Sprachwissenschaft, Philosophie und Politikwissenschaft studiert, wohne jetzt schon seit längerer Zeit hier in Berlin und habe in der Zeit auch für eine Musikagentur gearbeitet, nach Book with Music. Und auch eine Initiative gegründet mit dem Namen Soundground Berlin. Da geht es hauptsächlich darum, Berliner Nachwuchsmusiker zu unterstützen, in allen möglichen Bereichen, aber auch Kreative. So, aber ich glaube, das reicht. Jetzt gebe ich das Mikro wieder. Super, danke euch beiden. Gleich zu Beginn noch, falls irgendwelche Fragen sind von eurer Seite. Das Ganze soll nicht ein Vortrag von uns sein, sondern letztendlich solltet ihr davon profitieren. Wenn irgendwelche Fragen sind, einfach Handzeichen geben, dann werde ich euch ein Mikro reichen und dann könnt ihr die Fragen stellen. Und so würde ich mich freuen, wenn so ein bisschen, nicht nur von unserer Seite, Output kommt, sondern ihr gleich die Fragen eben uns auch stellt und wir die dann versuchen zu klären. Ja, jetzt habe ich euch ja kurz vorgestellt. Gleich mal so eine einleitende Frage nochmal. Promo. Promo PR-Konzepte soll ja jetzt das Thema sein. Was ist Promo aus eurer Sicht? Was bedeutet das aus eurer Sicht? Also generell sehe ich das immer als Unterstützung von Musikern oder Künstlern. Aber jetzt Promo im speziellen Fall ist ja Öffentlichkeitsarbeit und was wir machen ist Medienpromotion. Also unsere Ansprechpartner sind in erster Linie jetzt dann Journalisten. Und die wenden sich sozusagen an das freie Republikum. Ja genau, also Promotion ist ein ziemlich großer Begriff. Also man darf, glaube ich, auch die Öffentlichkeitsarbeit nicht mit Werbungsschalten vergleichen. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue CD rausbringe und ich möchte unbedingt in die Bravo oder in die Rolling Stones, das geht, das kann jeder. Man muss halt irgendwie 10.000, 20.000 Euro dafür bezahlen und dann kann er sich eine schöne DIN A4 Werbeanzeige kaufen. Dann gibt es halt auch die Möglichkeit der Pressearbeit. Das ist schwieriger vielleicht als Anzeigen schalten, aber vor allem auch ein langfristiger Prozess, in dem man sich als Künstler versucht, bei einem Musikjournalisten zu positionieren, sich irgendwie als Experte auf einem Fachgebiet zum Beispiel oder halt in einem Genre irgendwie zu etablieren mit dem Ziel, dass der Journalist halt über dich, deine Band, deine Musik, deine Release dann auch berichtet. Das ist auch die Aufgabe, die wir uns irgendwie zugeschrieben haben. Das heißt, wir schalten keine Anzeigen für die Künstler, sondern wir schreiben, also du bringst eine neue CD raus und das reicht als Story halt noch nicht, sondern man muss dann auch den Künstler im Image positionieren, vielleicht macht man eine Review über die, oder? Und dann kontaktiert man einfach die Musikjournalisten damit und mit der Zeit baut man sich da Beziehungen auf und kriegt dann einfach auch seine Veröffentlichungen zum Beispiel in Musikmagazinen. Habe ich die Frage, glaube ich, vergessen, oder? Na was? Was ist Promotion? Ja genau, also Promotion ist Werbedrommelröhren im Wesentlichen und die Öffentlichkeitsarbeit ist wie beschrieben einfach das in Kontakt treten mit Journalisten mit dem Ziel, dass Journalisten auch über einen berichten. Und wie kann das jetzt ganz konkret aussehen? Also ich bin Musiker, ich bin in einer Band, ich möchte, dass die Band ein bisschen vorankommt. Kann man einfach mit euch in Kontakt treten? Macht es Sinn einfach mit euch dann in Kontakt zu treten? Wie sieht dann so eine Kampagne aus? Wie geht ihr da vor strategisch? Was macht ihr? Und vor allen Dingen, gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die man vorher schon erfüllen sollte, was man vorher schon durchdenken sollte, bevor man euch kontaktiert? Ja, schönen Dank für die Steilvorlage. Ja, weil das war auch so ein Punkt, auch ein großes Anliegen von mir, auch für die Musiker hier, die dann vor Ort sein sollten. Weil wenn die Vorarbeit gemacht wurde, machte ihr uns auch dann die Arbeit viel leichter. Und das geht dann auch schon so im Bereich Image, Konzeptarbeit. Also ich springe jetzt dann einfach mal so ein bisschen hin und her. Ja, also darf ich mal kurz mal fragen, wie viele Musiker hier überhaupt jetzt vor Ort sind? Also können wir kurz... Ah, super. Ja, also es ist generell immer schwierig, Musikredakteure von irgendwas zu überzeugen. Die haben ja immer schon so natürlich skeptische Grundhaltungen. Und das Geheimnis ist eigentlich einfach, man muss auffallen, es muss was Außergewöhnliches sein. Und vielleicht habt ihr ja mal dann die Zeit und setzt euch zusammen, so als Band oder als Songwriter, kann man sich ja mal so in sich gehen und sich überlegen, okay, was hebt mich ab von allen anderen? Also da müsst ihr jetzt eigentlich auch jetzt nicht den Kopf zerbrechen, wenn es jetzt einfach nichts gibt, was jetzt einen von der Masse abhebt, dann ist es auch gut. Allerdings kann man da auch sehr kreativ damit umgehen. Also wenn man dann sagt, okay, was gibt es für ein Alleinstellungsmerkmal, so nennt man das im Marketingbereich, dann muss das gar nicht tatsächlich existieren. Man kann sich ja auch irgendwas einfallen lassen, irgendwas Absurdes, was dann aber auch schon wieder viel geiler ist. Weil wenn dann irgendein Redakteur immer den gleichen Rotz liest und dann sieht er sowas, also dann springt er dann vielleicht eher drauf an. So, das ist ein Teil davon. Und dann geht's, also jetzt könnt ihr mich auch ruhig unterbrechen. Also ich kipp dir auf jeden Fall, auf jeden Fall hast du vollkommen recht, es muss halt immer trotzdem der Wahrheit entsprechen. Weil ein Journalist, der halt auf eine coole Geschichte draufklickt und sieht, die stimmt ja gar nicht. Nein, also die kann wirklich erfündend sein. Also es gibt so eine Band, die heißt Intruders oder so ähnlich. Also die sind mit Skimasken markiert, verschiedenen Farben und haben auch Chucks mit den gleichen Farben. Nennen sich auch nach den Farben, also auch Green, Blue, Red. Und haben dann gesagt, okay, die hätten sich im Gefängnis kennengelernt. Und da sei das entstanden. Also vielleicht stünde es sogar. Ja, aber wenn, also wenn, dann ist es trotzdem eine tolle Geschichte. Also man kann da auch ruhig ein bisschen spielerisch mit umgehen. Also aber man muss es nicht. Man muss auch immer gucken, also was passt zu mir. Und dann geht es eben, lass mich mal ruhig unterbrechen. Also und dann geht es um Konzept, also was ich vorher schon erwähnt habe. Das ist so ein schwammiger Begriff, mit dem man vielleicht nicht unbedingt was anfangen kann. Aber es ist ungeheuer wichtig, weil das ist so die Hintergrundfolie eures Tuns. Also jetzt Motivation ist Leidenschaft hoffentlich und Liebe zur Musik. Aber wenn das alles ein bisschen durchdachter ist, dann kann man sich sehr viel Energie sparen. Man rennt dann nicht unbedingt ins Gestrüpp und reibt sich wund und hat irgendwann keinen Bock mehr. Sondern wenn man ein bisschen strategischer vorgeht, dann tut man sich eventuell leichter und hat einen größeren Erfolg. Und was jetzt dann Konzept und Strategie anbelangt, da übergebe ich dir jetzt auch wieder das Wort, weil das ist dann auch wieder Teil, wenn das alles schon mal gemacht wurde, kann man das dann aber auch nochmal dann mit uns, mit PR-Leuten, dann auch nochmal diskutieren. Ja genau, vielen Dank. Und es ist halt in der Tat so, auch gerade Künstler, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, und das ist eigentlich eine gute Ergänzung zu dem Panel, der gerade vor uns war mit DIY, wenn es einfach darum geht, auch zum ersten Mal jetzt einfach sich mal professionalisieren zu wollen. Und wenn man sagt DIY in professionellen Strukturen, was bedeutet das überhaupt? Das kann im Kern bedeuten, dass man sich einen Digitalvertrieb sucht, mit dem man halt für 25 Euro seine CD auf iTunes stellen kann. Das kann dann die Booking-Plattform sein, über die man sich wieder Konzerte organisiert. Und es kann halt dann auch eine PR-Agentur sein oder ein PR-Startup oder was auch immer sein, mit denen man zusammen die PR macht. Und das Gute halt daran ist, dass das sind professionelle Strukturen. Alle Anbieter haben professionelle Strukturen aufgebaut, die man sich halt quasi mieten kann oder halt punktuell dann halt hinzubuchen kann. Und wenn man sie nicht mehr braucht, muss man sie halt auch nicht bezahlen. Und Musiker, die das zum ersten Mal machen, das ist schon schwer. Und das ist auch ein großer Initialaufwand, das gebe ich zu. Aber wenn man sich dann einmal diese Struktur geschaffen hat und sich dann auch immer der Expertise von Profis auch bedient, dann ist es wie auf dem Rücken anderer quasi ins Ziel zu marschieren. Oder mit Hilfe von ihnen, besser gesagt. Und bei PR ist es halt auch ganz entscheidend, es hat eine gewisse Aktualität, also die Zeitung schreibt halt auch nur über aktuelle Berichte und nicht über Dinge, die halt schon uralt sind. Und wenn ihr zum ersten Mal eine PR-Geschichte auch formulieren wollt, dann überlegt euch halt vielleicht auch, was können wir aktuell zum Thema XY halt beisteuern. Weil einfach nur, dass ihr eine Musik oder eine CD rausbringt, das ist zwar toll, ich bin auch selbst Musiker mit großer Leidenschaft, aber ich bin auch mit Leidenschaft PRler. Und dass jemand eine CD rausbringt, das ist jetzt halt echt nicht mehr die Story. Die Story könnte halt viel mehr sein, dass man analysiert, wie ist denn die CD entstanden? Oder gibt es irgendeine Geschichte hinter der ersten Single? Gibt es, haben wir irgendwie irgendwas Lustiges, irgendwas Kreatives? Im Studio erfahren war irgendwie Dieter Bohlen auf einmal da und hat Klavier gespielt. Einfach, dass man die Release, die an sich zwar schon cool ist, aber dass man die Geschichten versucht, hinten dran zu entwickeln. Genau, also wie ist mir die Idee gekommen zu dem Love Song? Oder, keine Ahnung. Einfach, dass man sich da ein bisschen mehr Gedanken drüber macht, was ist es? Und bei der PR einfach auch rechtzeitig damit beginnt, sie auszuführen. Denn das liegt halt zum Beispiel daran, dass es keine Anzeigenschaltung ist. Und man kann nicht sagen, okay, ab nächster Woche schalte ich jetzt Werbung, weil ab nächster Woche ist meine CD raus. Sondern man muss dann halt einfach schon wirklich zwei, drei Monate vorher die Journalisten einfach mal anteasern, damit die halt auch in ihrem Redaktionsverlauf Zeit haben, die Story dann auch zu verarbeiten oder Rückfragen zu stellen oder eigene Interviews mit euch zu machen. Oder einfach, gerade bei Print ist es ja auch so, da ist ja im Januar schon die April-Ausgabe gefertigt oder so, salopp gesagt. Und wenn ich mich im April erst melde, weil im April meine Release ist, dann geht es halt im August erst raus. Und bis dahin ist der Schuh halt schon wieder abgelatscht. Also dann ist die Story halt schon wieder alt. Genau, also das sind so wesentliche Punkte, glaube ich. Und natürlich halt auch, dass man, was glaube ich auch ganz wichtig ist, zum Beispiel mit meinemplattenvertrag.de, da konzentrieren wir uns hauptsächlich auf, wahrscheinlich eher auf die DIY-Künstler, während es glaube ich bei euch auch die etablierteren Künstler, die schon ein Label haben oder professionelle Strukturen schon haben, vielleicht. Naja, also wir arbeiten auch nicht für lau. Genau, und bei uns ist das dann auch einfach so, unsere Künstler, die konkurrieren ja von Anfang an auch mit euren Künstlern, die ihr promotet, die konkurrieren mit den Künstlern von Universal Music, die promotet werden, die konkurrieren mit... Also wenn ich heute eine CD rausbringe und ich spreche mit dem Radiojournalist, dann sagt er auch, ja, kein Problem, aber jetzt ist gleich irgendwie der Herbert Grönemeyer bei mir zu Gast. Also wir haben alle immer große Konkurrenten und deshalb ist es auch wichtig, dass wir mindestens so professionell uns darstellen, wie Herbert Grönemeyer und Co. beispielsweise. Und das ist in der heutigen Zeit halt wirklich nicht mehr schwierig, weil man kann ziemlich coole Fotoshootings organisieren, man kann ziemlich coole Grafiker engagieren, die ein cooles Artwork machen, Pressefotos machen, man kann professionelle Pressefotos, äh, Pressetexte schreiben lassen, um einfach auf Augenhöhe auch mit denen zu konkurrieren halt. Und vielleicht kennt ihr ja auch jemanden im bekannten Kreis, wo man das dann alles, was du erwähnt hast, dann auch machen lassen kann, aber das ist schon sehr wichtig. Also das sind so Bereiche, also nehmen wir jetzt mal Fotos, das sollte man nicht sparen, weil das ist so der erste Kontakt in der Regel, also das ist so Zugang übers Auge und, ähm, naja, wenn das Bild einfach kacke aussieht, dann kommt man nicht mehr über die Hürde, dann ist man auch gleich raus und dann kann der Inhalt noch so gut sein, was dann auch ein Jammer ist. Also genau die Situation will man ja vermeiden. Wenn schon Selfies veröffentlicht werden, dann meistens auch wirklich nur von Popstars, ne? Aber nicht vom Newcomer. Ja, in einem anderen Zusammenhang dann meistens. Zwei Punkte kurz, zum einen, was du erwähnt hast, Ausrichtung ist wichtig, also das ist jetzt praktisch schon so ein Teil des Gesprächs. Ich nenne das immer einen Aufhänger. Also das ist wichtig für die Musikredakteure, dass sie irgendwas sich schnappen können und daran wird dann die ganze Story aufgehängt. Und man kann dann der ganzen Promokampagne dann auch einen gewissen Drive geben. Also wenn man einen guten Aufhänger gefunden hat, dann wird das auch gepusht. Dann macht man, also so gut wie möglich, alle Presseleute wuschig, und die stürzen sich dann auch auf sowas. Also wenn es dann Interviews gibt, dann kann man schon davon ausgehen, dass es auch immer dann Teil des Interviews sein wird. Aber das ist Teil des Konzeptes, das ist Teil der Strategie, also was man dann am Anfang festgelegt hat. Und was ich schon gesagt habe, das macht es einem eben dann auch viel, viel leichter. Ja, und dann was die Darstellung anbelangt, habe ich ja schon kurz erwähnt, sollte eben auch gut passen. Also man hat sich dann auch im Rahmen der Konzeptarbeit sich ja dann auch Gedanken gemacht, so okay, Image, wie präsentiere ich mich? Weil also nur gute Fotos reichen ja auch nicht. Die können klasse aussehen, aber es passt dann vielleicht gar nicht zu euch. Das entspricht nicht der Mucke, die ihr macht, nicht dem Genre. Und dann gibt es eigentlich schon so ein paar Mechanismen, also Formate, die man schon versuchen sollte einzuhalten. Ja, aber wenn du Fragen hast, also kannst du immer ruhig fragen. Und also hier zur Motivation, weil bis jetzt gab es noch keine Zwischenfrage. Ihr dürft euch uns gern unterbrechen. Also dann hebt einfach kurz die Hand oder sowas. Ja, also wo du erst mal, ich bin Musiker auch und könnt ihr vielleicht mal ein paar Beispiele geben, für eure Ausführungen jetzt. Also genau das, was du jetzt gesagt hast, also wo das besonders erfolgreich geklappt hat. Ja, also, da bin ich ja. Also dann nehme ich jetzt da einfach mal so die letzte Kampagne, die wir auch gemacht haben, für eine amerikanische Band, Pated Paper Figures. Und die sind örtlich sehr weit voneinander getrennt. Und hinzu kommt, dass sie alle ungeheuer clever sind. Ja, das ist ein Akademiker und die machen, also, die beschäftigt. Und die örtliche Trennung voneinander, also Frank-Amerika, die wohnen an verschiedenen Küsten und in der Zeit aber dann immer noch dann so ein Album herzustellen und auch unter der beruflichen Belastung, die sie haben, das war dann schon eine Besonderheit. und das hat man praktisch dann auch dementsprechend in den Vordergrund gerückt und das hat gut funktioniert. Also, das wurde immer wieder aufgegriffen. Und das jetzt nur als Beispiel. Also, ich habe ja vorher auch die Intuitars gewählt, also, das ist ja dann schon wieder eine andere Nummer. Also, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, zum Beispiel, wenn man feststellt, wir haben viele Doktoranden in der Band oder sowas. Das ist jetzt, eine Band bestehend aus Doktoren, das ist jetzt vielleicht wirklich was, was man nicht alle Tage sieht. Da muss man sich auch mal anhören, wenn es auch funktioniert. Ja, genau. Es ist halt immer schwierig, gerade am Anfang. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass nicht jede Story cool ist und deshalb sollte man sich das halt auch wirklich selektiv und auch selbstreflektiert auch einfach zugestehen. Und man muss sich mit sich selber beschäftigen, halt, glaube ich, im ersten Schritt. Und wenn man jetzt sagt, was haben wir zum Beispiel, wenn man lokale Künstler hat zum Beispiel, das ist ja dann halt immer der lokale Bezugspunkt, kann das immer interessant sein, dass man ins Radio kommt. Oder wenn man, keine Ahnung, die Ice Bucket Challenge, mit der gewinnt man jetzt heute keinen Blumentopf mehr, aber das wäre jetzt im Prinzip so was, wo man sagen könnte, hier cool gibt es Charity und meine Band, die spielt am Freitag zugunsten derselben Sache zum Beispiel. Dann wäre das auch wieder ein guter Anknüpfungspunkt, um eine lokale PR auch einfach die anzusprechen und auch das Radio anruft und sagt, hast ja mitgekriegt, ALS, überall gibt es Ice Bucket Challenge und wir spielen am Freitag live im Schokoladen, oder wie die alle heißen hier. Und wir möchten dich einladen zu kommen. Ja, das funktioniert vielleicht nicht beim ersten Anruf, vielleicht auch nicht beim zweiten, aber spätestens beim dritten Mal weiß er, ah ja, das bist doch du und ihr habt doch da was mitgemacht, jetzt höre ich mir das halt doch mal an. Also das ist immer so eine ganz langfristige Geschichte und das setzt halt auch voraus, dass man als Künstler auch aktiv seine Karriere auch gestaltet, weil sonst hat man ja keine Geschichten zu erzählen. Und da hast du auch einen guten Punkt erwähnt, das gerade was Charity anbelangt, wenn man das jetzt ein bisschen ausdehnt, es ist auch immer gut, wenn man Mitstreiter findet. Also es können ja Firmen sein, Organisationen, einfach die dann auch noch zusätzlich für Rückenwind sorgen und die dann vielleicht auch schon wieder ihre eigenen Verteilerkreise haben. Aber also nehmen wir jetzt zum Beispiel eine Albumveröffentlichung, muss eben einem auch klar sein, also das ist dann ein Marathon, und das ist irre anstrengend und ich glaube, die meisten sind immer ganz froh, wenn das auch endlich dann mal wieder ein Ende hat. Also die ganze Zeit immer nur dann Presse, E-Mails beantworten. Man meint, es ist ja schön, wenn es so ist, darauf arbeitet man ja hin, aber man hat ja auch noch so sein Leben und muss den Alltag bestreiten und da kann das schon ziemlich anstrengend werden. Und da ist natürlich besonders hilfreich, wenn einem manche dann auch noch ein bisschen so die Last abnehmen. Also man nicht immer nur selber dann im Vordergrund steht, sondern da gibt es dann auch andere, die dann anpushen. Und es ist auch praktisch, ich komme jetzt ja nur so ein bisschen auch auf die bandinternen praktischen Dinge zu sprechen, aber es ist gut, wenn man es auch intern immer ein bisschen aufteilt, weil man dann auch sagt, okay, du übernimmst die Funktion, die Funktion, die Funktion. Weil das sind gerade so Dinge, das habe ich auch gemerkt, das beachtet man oft nicht so. Also im Grunde genommen ist es relativ einleuchtend und für euch ist vielleicht alle schon klar und ihr seid da bestens aufgestellt, wie eine Firma, die super funktioniert. Aber es ist ja tatsächlich auch so ein bisschen businessmäßig und du hast dann eben so Funktionsbereiche und die sollte jeder einst. übernehmen. So, aber ich möchte mich nicht abschweifen, kannst du sehen. Bleiben wir mal bei der Doktorenband. Das fand ich sehr interessant. Also stellen wir uns die Doktorenband vor, die will gerade ein neues Album releasen, nimmt mit euch Kontakt auf und hat auch ein Image, hat auch ein Konzept, das sie promoten will und das vermarktet werden soll. Ich möchte bei euch eine Promokampagne machen. Wie geht ihr dann vor? Ja, also wir gucken uns das immer erst genau an und entscheiden auch nach Gefühl. Das ist ja auch immer eine sehr emotionale Sache. Und wenn man jetzt irgendeinen Künstler unterstützen sollte über meinetwegen vier Monate und man kann damit überhaupt gar nichts anfangen, also dann wird man sich, glaube ich, keinen Gefallen damit tun. Also deswegen ist es für uns auch immer enorm wichtig, also dass wir es selber geil finden und dann wird aber auch geguckt, wie ist die Präsentation, was gibt es für Materialien, wie ist der Plan, wie ist auch der Zeitplan, weil auch wieder eine Bitte, eine große Bitte an alle Musiker hier, beachtet den Faktor Zeit, weil der ist ganz entscheidend. Also was wir öfters haben, so eine Woche vor dem Release, so eine PR-Kampagne wäre nicht schlecht, ja, also könnt ihr da noch was reißen? Ne, also da geht beim besten Willen nicht mehr viel. Also das sind große Zeiträume. Ich habe ja schon mal gesagt, vier Monate, also ich da noch nicht so damit zum Tun hatte, kam mir das vor wie ein Scherz. Also vier Monate vorher, ja, also das ist bestimmt irgendein Witz, den Sie mir da erzählen wollen. Aber nein, das sind so lange Vorlaufzeiten, die man hat, aber es kommt auch immer auf das Medium an. Manche Dinge gehen schneller, andere nicht so schnell. Also zum Beispiel im Printmagazin, also da hast du tatsächlich eine Vorlaufzeit von vier Monaten. Also da beißt die Maus keinen Faden ab, das ist einfach so, wie ein Naturgesetz fast. Also online oder Radio, das geht schon schneller. TV ist auch mit langen Vorlaufzeiten verbunden in der Regel, außer es ist irgendwie etwas regionales, kurzfristiges. Aber das sind alles so Dinge, die sollte man schon von Anfang an auf dem Schirm haben. und nicht erst, wenn man sich da mit auseinandersetzt hat. Danke. Genau, also gerade bei, also wie gehen wir vor eigentlich, wenn wir eine Promo-Kampagne machen? Also bei uns ist halt der Workflow nicht ganz vereinfacht. Also ihr macht sicher einen super geilen Job und der ist aber glaube ich für die allermeisten, den Newcomer, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, wahrscheinlich unzugänglich einfach oder vielleicht auch überdimensioniert, weil das klingt schon wieder nach Major. Das ist so groß. Und wir machen halt auch zum Beispiel, wie ihr wahrscheinlich dann auch, so Telefoninterviews zum Beispiel mit dem Künstler und interviewen den mal eine Stunde lang. Und danach haben wir eine ganze Menge von Informationen zu dem und können dann halt auch anhand davon, dazu habe ich genau die Frage, was sind denn ganz konkrete Voraussetzungen oder Erwartungen vom Künstler, die ihr an den Künstler habt, um eine PR-Kampagne zu starten? Was sind die Voraussetzungen für den Künstler? Ganz konkrete Voraussetzungen oder Erwartungen an den Künstlern, an den Künstler von eurer Seite. Die Künstler sind? Genau. Also wenn ich jetzt überlege, ich würde gerne, dass ihr eine PR-Kampagne für mich startet, aber ich weiß gar nicht, was ihr jetzt genau von mir erwartet. Das würde ich jetzt gerne hören. Also ein paar Sachen waren ja schon hier, die ihr angesprochen habt, mit Storys und so, aber vielleicht sind da noch ein paar konkretere Dinge. Also, so dass ich jetzt nach Hause gehen kann und sagen kann, okay, ich weiß jetzt genau, was die wollen und ich lege denen das so auf den Tisch, wie sie es meinen. Das würde ich jetzt gerne hören. Okay. Ich kann jetzt auch nur für mich und mein Unternehmen sprechen. Die Anforderungen, die wir an die Künstler haben oder die Erwartungen, die ich eigentlich an den Künstler stelle, um für ihn eine erfolgreiche Promo zu machen, ist, dass er einfach mit einer gewissen Grundprofessionalität halt auch und selbst mit einer gescheiten Erwartungshaltung an die PR-Kampagne herantritt. Also es wäre natürlich... Was ist das? Das ist, wenn du bei mir buchst. Ich würde deine Promo schon machen. Ich sage dir auch warum. Ich hatte die Vision, als ich meinen Plattenvertrag dir gegründet habe, dass jeder Musiker, der von sich überzeugt ist, die Möglichkeit haben sollte, die Infrastrukturen zu nutzen, die auch die Major-Künstler haben. Das bedeutet auch in der Konsequenz, dass wenn du mit deinem selbstgemachten iPhone-Selfie und einer scheiß Proberaumaufnahme dich bei mir bewirbst, dann kriegst du das auch, aber du erwartest aber auch im gleichen Zug, dass du am Montag dann berühmt bist. Also das wäre die Erwartungshaltung, die ich an dich richten würde, dass du halt nicht mit dieser Erwartungshaltung und dass du eben auch eine gewisse Grundprofessionalität mit reinkommst. Also wenn du wissen willst, was du machen musst, um erfolgreich PR zu machen, ist, mach geile Fotos, schreib coole Lieder, produziere sie richtig geil und dann such dir einen Agenten, der daraus eine coole, solide Kampagne stricken kann. Und der geht dann für dich raus und wird mit größerer Wahrscheinlichkeit dich irgendwo reinkriegen. Du kannst auf meinemplattenvertrag.de, kannst ihn buchen. Oder hier bei Bangerpullet. Oder du gehst einfach zum Bandbüro Berlin und die haben ein Dienstleistungsnetzwerk und der kann dir auf jeden Fall dann jemanden empfehlen, der auch zu deinem Genre passt. Ich würde schon sagen, das ist eigentlich der Ich würde es jetzt tatsächlich bejahen. Und eine aktuelle Story. Also wenn deine super gemachte CD schon drei Jahre alt ist, dann brauchst du dir heute auch nicht mal irgendwie dem Journalisten zeigen. Also auch eine gewisse Aktualität würde ich noch hinzufügen. Also ich denke auch, Aktualität ist auf jeden Fall ein Punkt, der gegeben sein sollte. Ich denke auch, um eine erfolgreiche Promokampagne zu starten, wir hatten gerade... Darf ich kurz noch was dazu sagen? Ja, okay. Also mein Planvertrag ist da viel offener jetzt. Also wie jetzt bei Bangerpullet, ich habe ja vorher schon gesagt, das ist eine hochemotionale Eingelegenheit. Also wir wählen tatsächlich auch nur Künstler, die die Mucke machen, also die wir auch dann gut finden. Und im Idealfall wollen wir uns auch dann schon mit den Künstlern treffen und uns mit denen austauschen. Weil gerade wenn man mit vier Monaten mit jemandem zu tun hat, das sollte man sich auch schon gut verstehen. Also finde ich zumindest. Das ist uns sehr wichtig. Also dass so der direkte Kontakt, wenn möglich, auch sehr gut funktioniert mit den Musikern, mit der Band. Weil das ist auch noch eine der Voraussetzungen sozusagen. Also ja, aber jetzt in unserem Fall. Also wenn du noch zuhörst. Die Frage, bitte beantworten. Das war hier noch eine weitere Frage. Entschuldigung. Ja, eine oder zwei ganz konkrete Fragen hätte ich. Was gibt es für Geschäftsmodelle? Weil das ist ja schön und gut. Ich habe meine Musik, ich habe meine Fotos und ich würde gerne eine Kampagne starten. Ich brauche ja ein paar tausend Euro dafür. Wenn ich kein Label habe, habe ich sie in der Regel nicht. Ich glaube, daran scheitern ganz viele Musiker. Gibt es da verschiedene Geschäftsmodelle? Also gibt es da PR-Agenturen, die in die Vorkasse gehen? Gibt es Beteiligungsmodelle, wo man sagt, naja, wenn ich so und so viel Rücklauf habe, dann kannst du halt erst in sechs Monaten bezahlen? Also ich glaube, diese finanzielle Frage ist ganz wichtig. Und ich glaube, daran scheitern viele Leute. Das wäre irgendwie ganz interessant, deine Info zu haben. Und die zweite ganz praktische Frage, wenn man selbst als Veranstalter arbeitet, wird man halt, also vor fünf Jahren hat man halt irgendwie pro Tag fünf CDs bekommen. Die manchen waren halt irgendwie in so schönen Plüchumschläge, die hat man dann aufgemacht und dann doch nicht reingehört. Oder man kriegt da so schöne Promopacks und die Bands investieren da halt auch relativ viel Geld darin. Und ich habe immer mehr den Eindruck, dass es komplett nutzlos ist. Manchmal kriegt man einen Dreizeiler mit guck mal auf meine Facebook-Page, ich habe irgendwie 20.000 Fans, aber da finde ich keine Musik drin. Was ist jetzt aus eurer Erfahrung irgendwie das aktuellste, also aktuell sinnvollste Medium, um sich als Band zu präsentieren? Also wenn ich jetzt so ein No-Name-Typ bin und ich denke, naja, ich würde gerne, dass die Leute da reinschauen. Ich finde eure Ausführungen über die Stories so ganz cool, aber das ist auch ein bisschen oberflächlich, finde ich, weil da ist halt so ein bisschen, ich erfinde jetzt was, damit ich den Leuten gefalle. Ja, zum Ernst. Und das sind die Strukturen. Ja, wenn ich das jetzt ganz kritisch, ich formuliere das ja absichtlich kritisch, aber also einfach so, ich sitze jetzt vor meinem Computer, Montag, es ist um 9, ich habe mir vorgenommen, am Freitag habe ich eine PR-Agentur, was ist jetzt der sinnvollste Weg? Also ganz, ganz praktisch, soll ich einen MP3 schicken, soll ich einen SIP3 schicken mit allem? Okay, aber kannst du dich kurz noch vorstellen? Ja, ich bin Joff, ich habe das Bandbüro Berlin gegründet und die Kulturarbeit im Overhouse geleitet ein paar Jahre lang. Also das ist jetzt nicht für mich, ich glaube, das ist einfach allgemein eine ganz interessante... Nee, nee, sehr gute Fragen. Danke. Erste Frage, also um die dreht sich ja meistens oder sehr oft, ist Kohle. Ja, wie viel kostet es und wie kommt man an die Kohle ran? Also paar tausend Euro ist schon eine Menge. Also ich glaube, das ist nicht in jedem Fall so hoch und mein Datenfahrtag, die ist ja auch ein ganz anderes Geschäftsmodell, das ist viel günstiger. Ja, ja. Aber vielleicht ein anderer Ansatz oder einen Schritt zurück, weil PR-Arbeit ist anstrengend. Es kostet Zeit, es kostet viel Energie und wie ich vorher schon gesagt habe, wir machen es nicht für lau und das sollte auch nicht der Fall sein. Also man muss sich nicht immer selbst ausbeuten, wie in vorhergehenden Podiumsdiskussionen das auch kurz erwähnt wurde, sondern das hat alles seinen Wert. Auch Musik hat seinen Wert. So, Kohle. Also in so einem Fall sollte man am Anfang eben auch das gleich mit einkalkulieren, weil in dem Fall hat man oft Produktion, kostet 10.000 Euro, wird gezahlt und danach ist kein Geld mehr dafür PR-Arbeit. Viele, die jetzt hier sitzen, kennen das. Und das ist der Fehler. Also dann muss man eben da entweder das Geld, was man hat, besser einteilen und eine andere Option und das ist jetzt auch nichts mehr Neues, aber funktioniert immer mehr und immer besser, ist Crowdfunding. Also und das könnt ihr ja dann auch immer gleich schon von vornherein mit erwähnen. Also ihr wollt ein Album veröffentlichen, ihr braucht Kohle für die Produktion, fürs Abmischen, fürs Mastern und eben anschließend auch für die Vermarktung, weil das so entscheidend ist. So, und zweite, oder habe ich jetzt was vergessen? Ah ja, hier die Präsentation, also dass man hier so Promo packt oder sowas. Lass da erstmal die Finger von, also jetzt mal so ganz praktisch gesehen. Weil also das kostet oft ein Schweinegeld und es ist wirklich dann deren Schicksal, wie du das beschrieben hast. Also hört sich keiner an. Gut ist ein EPK, Electronic Press Kit, so nennt sich das. Also da kann man dann eine Online-Seite machen und da ist alles drauf, meinetwegen dann Zugangsbeschränkungen, so dass dann nur die Musikredakteure darauf zugreifen können. Zwischenfragen, gerade hat es gesagt, da ist alles drauf. Was ist alles? Ja, also das sind dann, also wenn man die gute Vorarbeit geleistet hat, sind dann im Idealfall dann gute Pressefotos in zweierlei Qualität. Also erstmal vielleicht eine kleine Auflösung, eine hohe Auflösung, dass man auch für die Printmedien die Dinger nutzen kann. Wenn möglich ein Video. Video ist immer gut. Bewegtbildmaterial wird sehr gerne eingesetzt. Das muss nicht immer teuer sein. Also das wird dann auch wieder so ein Teil des Beratungsgesprächs, so Konzeptüberlegungen, weil oft kann man ja ganz einfache, simple Videos machen, also schon in einer relativ guten Qualität, aber die von der Idee einfach richtig innovativ sind und auch daher dann überzeugen. Und also gut ist auch ein Player, also dass man sich dann auch das Album anhören kann und man sollte sich dann auch die Titel in einer hohen Auflösung, in hohen Qualität auch runterladen können. Also da ist so ein Perspektivwechsel immer ganz praktisch. Also versetzt euch einfach dann mal in die Situation von so einem Musikredakteur und überlegt euch, okay, wie hätte ich es denn gerne? Und man hat alles eben gerne mundgerecht serviert. Also man braucht irgendwas und man sollte es auch sofort bekommen. Also da sollte dann auch nie irgendeine Schwierigkeit entstehen. Und ich glaube, wenn man solche Perspektivwechsel ab und zu mal durchführt, also dann nähert man sich an so einem idealen Weg immer mehr an. Also war das einigermaßen beantwortet? Also auch hier. Ich würde es auch gerne ein bisschen vereinfachen tatsächlich. Also das Medium, mit dem Newcomer heute hantieren sollten, ist glaube ich tatsächlich das Internet, weil man damit am günstigsten und am effektivsten, glaube ich, sich präsentieren kann. Und das gilt auch für den Erstkontakt bei Journalisten, einfach auch zum Geld sparen. Ein Beteiligungsmodell für PR fände ich grundsätzlich interessant, wenn man sagt, ihr kriegt irgendwie erst die Kohle, wenn wir auch wirklich eine Veröffentlichung haben. Das ist im Kern sicherlich fair. Müsste ich aber auch gerne voraussetzen, dass der Künstler halt entsprechend schon ein gewisses Standing hat. Also jetzt im Bloody Beginner, sage ich mal, einer, der zum allerersten Mal überhaupt sein erstes Lebenszeichen gibt. Da würde ich den Deal, glaube ich, nicht eingehen wollen, weil einfach das Risiko dann doch zu hoch ist, dass keine Veröffentlichung geschieht. Also wir haben es, das soll jetzt keine Werbung sein, aber wir haben das so gelöst, dass wir halt super standardisierte Prozesse haben. Und ich glaube, das ist für Anfänger, oder für Newcomer, also nicht Anfänger, sondern für Newcomer, für eine neu gegründete Band immer das Beste, wenn sie in einem Standardprozess durchlaufen einfach. Weil ich finde, man muss die Dinge nicht komplizierter machen, als sie sind. Es geht um eine Release, es geht darum, die Geschichte hinten dran zu ermitteln, es geht darum, einen gescheiten Pressentext zu machen und dann geht es halt im zweiten Schritt darum, einen Journalisten damit zu kontaktieren. So, das sind im Wesentlichen fünf Schritte, die haben wir innerhalb von einer Woche abgehandelt und dann kann einfach, das kostet uns dann halt zum Beispiel halt viel weniger und auch die Distribution über das Internet, die kostet ja nichts, eine E-Mail verschicken, kostet halt nichts. Im Vergleich zu einer Promo-CD pressen lassen, die soll dann auch schön aussehen, das heißt, du brauchst einen Designer, da musst du sie pressen lassen, die musst du, glaube ich, auch GEMA zahlen, auf Promo-CDs, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Einer sagt ja, einer sagt ja, ich weiß, aber ist ja egal. Und dann nochmal 1,50 Euro für die, für das Porto und dann hast du irgendwie pro Promo-CD 2, 3 Euro verballert und das ist unnötig, also gerade am Anfang. Und es ist ja auch so, wenn man jetzt 500 Redaktion, oder ich sage 100, das ist leichter zu rechnen, ja, das summiert sich einfach, dann hast du schon die ersten 500 Euro los, nur durch Pressung und Porto und die kann man sich halt schon mal sparen, indem man es halt übers Internet macht. Ich glaube, das ist schon der entscheidende Kanal. Jetzt noch eine abschließende Frage, weil uns gerade die Zeit davonläuft. Um den Bogen zu schließen, vorher war ja do it yourself beziehungsweise do it together. Was mich jetzt noch interessieren würde, ich meine, 1000 E-Mail-Adressen recherchieren von Redaktionen, von Journalisten, von Plattformen und so weiter, kann ich selber als Privatperson ja auch. Habe ich als Privatperson, wenn ich selber mache und dann versuche, so eine Promokampagne rauszuschicken, habe ich da selber eine Chance, mich überhaupt durchzusetzen? Ich sage ja. Ich sage ja aus einem ganz einfachen Grund. PR ist einfach eine langfristige Geschichte und man braucht auch keine 1000 PR-Kontakte, sondern es reichen ja vielleicht erst mal die 10, 20 wichtigsten, die auch mein Genre behandeln. und es ist auch so, dass wenn ich den Journalisten recherchiere, dass ich ja dann auch erkenne, an dem, was er ja schreibt, interessiert er sich denn überhaupt für meine Musik? Das heißt, wenn jemand nur über Jazz schreibt oder nur über Heavy Metal, dann brauche ich ihm meinen Pop-Song erst gar nicht anbieten. Das heißt, ich suche mir halt 10, 20 Leute raus, von denen ich sehen kann, sie interessieren sich grundsätzlich für mein Genre und dann kann man sich auch mit 20 PR-Kontakten einfach mal in das Thema reinwagen und mal gucken, wie das Feedback ist und einfach mal, es ist auch leichter, 20 Kontakte zu managen statt 100. Ich glaube, das kann man auch selber machen, eben auch mit Dienstleistern, wie es ihnen im Internet gibt, die einfach diese Infrastruktur auch zur Verfügung stellen. Na ja, jetzt gerade so als Schlusswort, da würde ich am liebsten was Optimistisches sagen, ich meine, das war ja, ja, ich sehe es nicht ganz so, also ja, man kann es schon selber machen, aber man muss auch nicht immer selber das Rad neu erfinden und also das kostet ja auch wieder viel Zeit, also allein dann die Recherche, die du erwähnt hast, so über ein paar Tausend recherchieren, also das macht man mal kurz so an einem Tag, also ganz so einfach ist es nicht, es nimmt ja schon ein bisschen Zeit den Anspruch, es geht auch darum, um Kontakte, die man sich aufbaut, also ich, ihr kennt es genauso, ihr reagiert anders auf eine E-Mail im Postfach von jemandem, den ihr gut kennt und den ihr mögt, als wenn da jetzt irgendwas kommt von jemandem, den ihr nicht kennt und ihr seht das dann vielleicht erst mal als Spam an, aber also was noch ein bisschen ernüchternder ist, finde ich, deswegen ist die Frage echt gut, man muss einfach schauen, okay, wie sieht die Wirklichkeit aus, was wird im Radio gespielt, was wird gespielt in großen Radiosendern und vielleicht kennt ihr die Zahl, also in den großen Radiosendern ist über 90% Major-Mucke, das muss einem eben von vornherein klar sein, also wenn du jetzt kein Major-Act bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit minimal, dass dein Titel im Radio gespielt wird, aber jetzt dann doch noch was Optimistisches, weil das wäre ja echt zu bitter, auch am Ende, die Welt ist ja so groß, also da gibt es ja so viele Kanäle, so viele Medienleute, also im anderen Bereich, vor allem im Internet, was du ja auch gesagt hast, online, da tut sich ja so viel, also da gibt es so viele Blogs, es gibt so viele Bürgerradios, freie Radios, also man ist nicht abhängig von den Großen, also man kann dann auch im kleineren Rahmen kann man da viel erreichen und zum Teil ist es ja auch viel besser, weil die da auch dann eher die Zuschauer oder Zuhörer haben, also die mit eurer Musik auch was anfangen können und damit auch dann gleich so eine emotionale Verbindung oder auch gleich so eine emotionale Verbindung dann hergestellt wird und das ist ja dann was Schönes. Ich würde auch noch ganz gerne ein Schlusswort meinerseits und zwar ich möchte euch einfach dazu ermutigen auch dran zu bleiben, auch nicht nur die Songs zu schreiben und Albums zu produzieren, sondern einfach euch dazu ermuntern auch hinter die Stories zu gucken, vielleicht einfach mal Geschichten auch zu entwickeln, wie die Songs entstanden sind, also weil jeder Song hat ja irgendwie eine Geschichte, irgendwas, einen Impuls, warum ich den geschrieben habe und wenn man sich immer so diese kleinen Geschichten auch einfach on the fly mal mitschreit, mal notiert, dann entwickeln sich daraus schöne Ideen, die man auch gerne erzählen kann und ich würde auch ganz gerne euch mitgeben, dass auch PR ist einfach so wie Klavierspielen, da setzt man sich nicht einmal dran und kann es perfekt, sondern das ist halt, man muss es regelmäßig machen, man muss regelmäßig coole Geschichten irgendwie erzählen und ich glaube, gerade für Künstler, die am Anfang ihrer Karriere stehen, macht es Sinn, auch lokal ein bisschen so die ersten Schritte zu machen, so wie beim, wenn man irgendwo im Schwarzwald ist, wo ich herkomme, dann habe ich meine ersten Konzerte auch dort irgendwie im Jugendkeller irgendwie absolviert und die logische Konsequenz wäre dann halt auch, dass das Schwarzwälder Radio dann halt auch zum ersten Mal über mich berichtet, weil es einfach einen lokaler Bezug hat und ich gebe schon recht, natürlich der Großteil der Airplays sind Majors, aber es gibt halt auch viele Radiostationen, die halt Sommerfeste auch feiern, wo man auch mal dann spielen darf und so kommt man halt dann auch gut an Konzerte ran, wenn man mit Leuten einfach ständig in Kontakt ist und denen immer coole Sachen einfach mitteilt, also nicht nur eine belanglose E-Mail, in der drinsteht, hey, yo, check mal mein neues Album oder so, sondern einfach immer schöne Geschichten macht, dann kommt es einfach auch wieder zurück, sei es in Veröffentlichungen oder Konzertanfragen dann auch. Also um jetzt das Ganze nochmal versuchen zusammenzufassen in ganz wenigen Stichworten, was so die Quintessenz ist, Professionalität, Konzept und eine Erwartungshaltung, dass es nicht von heute auf morgen passieren kann, sondern Kontinuität. Also das gilt auch allgemein für alle Bereiche in der Musikwirtschaft, wenn man erfolgreich sein will, dann muss man halt einfach gut singen können, um als Sänger zu arbeiten, man muss gut sein Instrument einfach beherrschen, man muss auch gute Songs schreiben, man muss sie gut produzieren, also das ist, das ist auf jeden Fall, gilt es für alle Bereiche, professionell zu sein und auch einfach mit einer Erwartungshaltung ranzugehen und auch vor allem beständig auch dran zu sein. So wie man, also Gitarre spielen, ich glaube, ich bin da ganz gut, aber ich war es auch nicht am ersten Tag, sondern ich habe halt zehn Jahre lang mir den Arsch abgespielt, bis ich dafür richtig gut bezahlt wurde und so ist es mit der PR einfach auch. Vielleicht muss man da auch manchmal ein Jahr lang, zwei Jahre lang, drei Jahre lang auch mal eine Band aufbauen, bis man dann einfach mal die geilen, großen Medien, irgendwie, bis man auch für die mal eine Relevanz hat. Weil auch ein Journalist, vielleicht nochmal, der will ja auch über coole Sachen schreiben und wenn der dich im Januar im Rolling Stones featuret und im März gibt es euch schon nicht mehr, dann ist es ja auch für ihn halt kacke und deshalb ist halt PR einfach eine langfristige Geschichte, wo man sich auch beweisen kann. Jo. Ja, wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Unsere Zeit ist nämlich um und jetzt ist auch Mittagspause hier. Das heißt, jetzt ist ihr erstmal nix. Es geht hier weiter um 14 Uhr mit dem Comeback vom Vinyl. Danach stellen sich noch Berliner Booking-Plattformen vor und anschließend gibt es dann hier noch ein Musical Speed Dating. Um 17 Uhr ist das. Wie gesagt, ich bedanke mich sehr herzlich bei Björn, bei Jonathan und ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr hier wart und dass ihr diese Fragen gestellt habt. Fand ich sehr schön, dass eben so eine Kommunikation auch in Gang gekommen ist. Danke euch, viel Spaß weiter auf der Berlin Music Week. Vielen Dank. Vielen Dank.